Hallo! Guten Tag! Zauns machen? So. Wir haben jetzt hier noch ein paar Geologen. Oh, wir haben die Verzauberungsquest abgeschlossen. Dass ich das noch erleben darf. Aber hier sind zu viele Spieler. Wie was hier auf Geologen draufwimsen. Dann würde ich sagen, machen wir die Raptor-Jagd. Quest. Wir suchen aber vorher einmal Grumgol. Zu verticken. Oder wir finden hier einen Geologen. Der dann auch gleichzeitig noch einen Stein droppt. Okay. Das war anscheinend ein Zufalls-Geologe. Egal. Wir rennen mal weiter. Ich meine, wir haben so viel Stuff im Inventar, was wir loswerden wollen. Eigentlich wäre es tatsächlich besser, eine Quest zu machen mit vielen Homanoiden. Dass wir die Seiten vollständig bekommen. Oh, wir sind hier auf der falschen Seite. Oho. 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 Äh. Freut mich aufs Angeln. Ich weiß, dass wenn mein Schneiderlein so weit ist, ja, das krieg ich sie einzigartig, weil wenn nicht, dann spare ich ja, dann hole ich mir sogar die. Das sind 18 Platztaschen. Ja. Weil man sieht ja hier, hat ja den. So. Aber erstaunlicherweise muss ich sagen, es ging ganz okay. Also es ging ganz gut jetzt durch. Auch wenn wir pro Quest eine Folge brauchen. Kurzzeitig war ich kurz davor, dass ich sage, wir fuck it, Wir gehen. Aber ja, mittlerweile können wir da schon bleiben. und ich meine, ich sage jetzt mal so, wie es ist. Ja, das Level können wir hier noch fertig machen. Da weiß ich nicht, ob wir da unbedingt hin wollen, weil ich weiß halt nicht, wie es dort zugeht mit Spielern. können wir noch fünf Pfeile verballern. Boom. Fünf Pfeile verballert. Wir fliegen jetzt, eigentlich müsste ich, eigentlich müsste ich nach Booty Bay. Blut und Donner. Kraft. Eigentlich müsste ich wirklich nach Booty Bay. Okra. Nimm. Da habe ich trotzdem Gewinn gemacht. Ah, die verkaufen wir jetzt auch schnell. So, Leute, jetzt passt auf. Wir basteln jetzt mal ein bisschen rum. Platz sparen. können wir jetzt eigentlich auch machen. Wir miskeln ein bisschen mit dem, was wir da haben. Bis das gelb wird. Wenn wir hier voll sind, können wir den neuen Köcher machen. Aber so bekommen wir wenigstens das Inventar hier. rum, der Horde. Oh. Und um das geht's ja. Und um das geht's ja. Simentar schnell klieren. Wahrscheinlich können wir eben nur einen Punkt noch machen, damit's gelb. Oh. Interessant. so. Dann, gemischt waren, kaufen wir uns Pfeile. Zock, zock. Zack. Zabu. Zabu. Okay. Wenn wir hier fertig sind, dann geht's weiter. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Platz im Inventory und hier ist alles tot. So. So. Jawohl. Wir vergleichen schon wieder die Hälfte. Vielleicht sollte ich Rückzug... Warum ist Rückzug Rang 1? Wir können nur Rückzug Rang 1? Ha! Okay. Das bringt ja gar nichts. Wäre eigentlich besser, wenn wir schnell mal Rückzug Rang 2 skillen. Ich kriege noch einmal an. So. So. Okay. Oh. Chuck. Bums. 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 Und Bums. Und Bums. Und sucht irgendwer für Waffenkammer. Die letzten zwei Kloster Innis würde ich wirklich gerne noch gehen. Bums. Bums. So. Mittlerweile glaube ich wäre unsere Elite-Questie, was wir hier gemacht haben, auch überhaupt kein Problem mehr. Oh. Da fällt mir das ja auch gerade wieder ein. Wir haben ja hier schon ein bisschen was tatsächlich gequestet. Gequestet. Zack. Okay. Ich guck mal ganz kurz. Da? Äh. 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 Nein, nein. Nicht. Kapslog. Rab. Bowlier. der raptor balk reagent sind für barbarische arm schien raptor bald und raptor balkanisch stärke ausdauer barrische am schien für intelligent 4 beweglichkeit 6 ausdauer ihr wille tja und stufe 27 siehe auch gut also brauche ich nicht so dann haben wir da den letzten ja bitte leute denkt daran ja auch wenn man es jetzt mittendrin macht hier klick klick damit helft er mir und ich helfe euch die mich euch tutorials macht voice tutorials ja leute heute zeige ich euch wie eine kamera einschaltet passt gut auf egal zeige ich im nächsten video da braucht man noch so komische musik diese diese youtube so pass auf wenn man sich das hatte Ich zeige es euch dann irgendwann mal, welche Lieder ich meine. So, wir gehen jetzt hier hoch. Jetzt probieren wir es nochmal bei den Trolls. Ob mich die Trolle trollen oder ob ich die Trolle troll. Ich glaube, ich habe zwei, drei Folgen, die heißen Trolle Trollen. Ich glaube, ich kann mich sogar an die Folgen erinnern. Einmal in den Geister landen. Zweite weiß ich nicht. Auf jeden Fall schaut es hier extrem doof aus. Deswegen gehen wir hier weiter und sammeln Schrumpfköpfe. Sieht bescheiden aus. Nur ein Kopfjäger da. Diese Kopfjäger droppen bis jetzt zu 10%. Ein Gegenstand. Ich kann nur nicht sagen, wie viel ich davon gekillt habe. Diese Prozentschance wird jetzt von mir ruiniert. Seite 27 kann verkauft werden. Die hier sind Questgegenstände. Wir brauchen Seite... 11. Seite 16. 22, glaube ich. Haben wir hier gerade Glück? Ein bisschen zumindest. Ein bisschen Glück darf man hier mal haben. Ja. Jey, mehr Schrumpfköpfe. Gucken wir mal, wie viel Glück wir haben. Kann natürlich sein, dass gleich mein PC wieder ausgeht. Haben wir heute schon alles gehabt? Deswegen logge ich mich aktuell fast nach jeder Folge aus. Um In-Game-Speicher wenigstens zu behalten. Mit In-Game-Speicher meine ich. Dann kommt ich manchmal auch weg. Hier teile ich ja alle einspawn. Eigentlich sowas wie die Killlist und so ein Zeugs. Das hat man nicht mit irgendeinem Speicher. Döde. Mein Handy ging grad. Ein Bescherger. Ein Bescherger. Ich will mein Schweinchen da nicht reinschicken. Das werden wir nicht schaffen. So. So. Das sind auf jeden Fall zwei Kopfjägers. Ah, wir haben jetzt schon zwölf Schrumpfköpfe. Ich sag jetzt mal so ganz grob, wie es ist, ja. Oh, das ist schon eine Rolle des Schutzes, äh, drei. Äh, es geht grad ganz gut. So. Oh, noch einen. Kopfjäger. Gucken wir uns nochmal kurz um, aber ich sehe hier nichts. Mal eine Seite hier, wir kommen. Quatsch. Ähm. Da drin sind jetzt nur noch Berserker. Wir sehen uns nicht. Wollen wir zwei Schrumpfköpfe? Zwei brauchen wir noch. Dann sind wir weg. Okay. Okay. Und damit stelle ich sicher, dass wir zwei Köpfe bekommen. Zack. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Na gut, da haben wir jetzt drei Köpfe. Nochmal Rolle des Schutzes. Bäm. Nein. Gut. Dann haben wir die Quest hier auch fertig. Das ging erstaunlich gut. Hätte ich nicht erwartet. Hätte ich nicht erwartet. Nun gut. Aber wir haben bald noch einen Inventarplatz permanent belegt. Oh. Ich merke schon. Das ist zu weit entfernt. Das legt immer noch auf. Teufelsloh. Retri-Paladine kriegen nix von mir. Was ist der da vorn? Weil du mir so blöd vorausgerannt bist. Vielleicht wieder ein bisschen Kirschnern. Wir brauchen's. Mein Schweinchen macht das schon. Moment. Moment. Ich bleib jetzt hier einfach stehen. Ich fütter mal wieder mein Pet. ein weiterer Festgegenstand. Wuh! Ich fülle mich. Ich fülle mich. Du, 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 du. naja, gehen wir aber weiter die machen wir dann woanders, die Folge ist auch fast vorbei gehen wir nur noch schnell zu Nessingweary oder besser gesagt, nein, ich beende hier die Folge wir starten dann wieder bei Nessingweary bevor mir die Folge abbricht, also Leute, tschüss